So, jetzt gibt es hier ein Beispiel dazu, das hier ist die Formel, die wir gerade im letzten Video hergeleitet haben. So, jetzt möchte ich wissen, ihr vergleicht gerade euer Tagesgeldkonto und seht, hier gibt es ein Konto mit 3% monatlich. Aber leider steht hier nichts, sondern effektiven Jahreszins. Da steht nichts dabei. Ja, was macht ihr denn jetzt? Jetzt kramt ihr euch diese Formel her. Setzt das dementsprechend ein und berechnet das. Also, wie funktioniert das? 1 plus p, p sind die 3, durch m. m bedeutet, wie viele Unterperioden gibt es in einem Jahr. Also, das ist ja monatlich, also sind es 12 mal 100 durch hoch 12 minus 1 mal 100. So, das nächste Knifflige ist das in euren Taschenrein hineinzutippen. Aber wenn ihr das geschafft habt, dann kommt ihr auf eine Zahl, die 3,046% entspricht. Und das ist euer effektiver Jahreszins, wenn ihr monatlich 3% bekommt. Ich hoffe, dieses kleine Beispiel hat euch weitergeholfen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Euer Mario Matic in 5 Minuten.